In der letzten Runde Warhammer 40k Deathwatch fanden wir den Meister der Maschinen und wurden überrascht, als sich unsere Aufzugtüren öffneten. Ja, der Lift fährt einmal runter, fährt ziemlich schnell runter. Zeigt ihr uns an, in welchem Stockweg wir befinden oder so? Es gibt nur eins. Also fährt wirklich tief in die Asteroiden rein. Irgendwann, ja. Waren wir jetzt eigentlich mittlerweile schon beim Hangar? Hangar kommen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Depot. Okay. Die Tür öffnet einmal. Ja. Ihr guckt einmal in den Raum rein. Warnet ihr, muss das bitte. Braucht ihr nicht machen. Okay. Ihr guckt in den Raum einmal rein. Es ist ein ziemlich großer Raum, der gebaut wurde. Ihr seht einmal, eine große, eine wirklich große Anzahl von Servitoren scheinen wohl, ja, 15, mindestens mehr als 15 Stück zu sein, die sich überall in diesem Raum befinden. So wie, ähm, Geschütztürme, die an den oberen Kanten wohl platziert wurden. Ähm, ja. Ja, die Tür öffnet sich einmal, ne, ihr seht, wie sie gleichzeitig, so 15 Servitoren umgedreht in eure Richtung schauen. Und, äh, ja. Die Geschütztürme drehen sich einmal, ihr seht mal schwere Maschinengewehre drauf. Äh, Initiative. Ich drücke auf den Knopf, dass die Tür wieder zugeht. Initiative. Ich weiß nicht. Fünf. Oh, hast du eine Eins gewürfelt? Ja. Oh, hast du einen Stift? Äh, ja. Hier. So, danke. So. Max, fünf? Ja. Sieben, zwölf. Zwölf. Sieben. Äh. Aber im Idealfall steht Steven ja eh gerade vorne, weil wir ja die Formation beibehalten wollten. Ja. Ja. Ah. Wo ist er denn? Oh, oh. So. Ich glaube, ich werde sehr viel einstecken müssen. Oder du machst das, was ich gerade gesagt habe. Den Knopf drücken. Ja. Drück du mal den Knopf, das war deine Idee. Wenn du jetzt einfach rausstürmst, wie es deine Art ist. Ich setze dich halt also alleine auf, hey, Nina. Dann feuere ich dich doch einmal an. Und dann mach's jetzt. Genau. Und du dann so, Bruder, ich bin hinter dir. Und dann hältst du nach oben. Obwohl, ich meine, wir können tatsächlich Adivarius nach oben schicken, dass er den Funk ausschaltet. Ach nee, hab ich schnell, hab ich auch hier. Moment, hab ich auch hier. Äh. Ach nee, ist ja scheiße. Dieses Heftchen, was du mir gegeben hast, weißt du? Da musst du eigentlich... Ja. Du musst mir kein Heftchen haben. Okay. Ähm. Da hast du jetzt gerade scheiße. Ja, ich hab's gleich auch, ey. Hast du gleich auch, okay. Ich muss ja schneller fixieren. Mach mal schnell. Okay. Ähm. Tadam. Ja, kurz. Ja. Schlechter Zeitpunkt eigentlich für eine Pause. Aber ich brauch bestimmt dringend Werte von einem Heft, was ich gerade nicht hier habe. Fährt er richtig schnell hoch. Ich sehe. So. Darf ich mal? Ich kann mal noch kurz suchen. Ja. Die Tür geht also auf. Äh, ihr seht da die verschiedenen Maschinenteile. Teilweise, äh, ja, sind da große Lastenarme dran. Teilweise wurden die, ähm, ja, also das hat hier Laser, so eine Art Laserschneider dran. Wie der einen anderen seht ihr auch mit, äh, ah ja. Mit einer Art, äh, Plasma-Schneider. Äh, ja. Da reicht schon immer schon. Du kannst mich hier hinsetzen. Du musst ja bloß da Sachen rausfinden. Da. Währenddessen können wir uns ja schon beraten, wie wir vorgehen. Ja, also ich habe meinen Plan gesagt, Funk ausschalten, runtergehen und im Notfall den Funk wieder anschalten wegen der, wegen der Aminstation. Aber das weiß ich nicht, ob wir das gerade wirklich machen wollen. Nein. Ähm, okay. Ja, Instative. Äh, Steven. Äh, ja, die beiden Serviton direkt hier vorne standen, haben mich direkt umgedreht. Äh, ja, stehst direkt im Mittelraum, mich angeschaut, laufen auf dich zu. Und, ja, siehst du mal, wie der massive Servo an deiner Richtung schlägt. Ähm. Ähm, what the fuck, die sind schneller als ich. Was ist da los? Ja, siehst du die Beschläge einmal zur Seite gehen. Ähm, ein paar Lasergewehrfeuer. Ähm, einmal gut. Ja, wartet mal. Ja, Lasergewehrschüsse prasseln an euch vorbei. Äh, Steven kriegt auch noch einen Treffer. Ab. Darf ich nicht mal ausweichen? Darf ich mal ausweichen. Na, triffst leider. Ähm. 10 DS0. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja, siehst du, wie das leicht in der Rüstung reinbrennt. Ähm, und ja. Ja, leicht in Lack beschädigt. Äh, Steven, du bist dran. Ich bin dran. Ähm, sind die beiden Serviton, die gerade vor mir sind, in Nahkampfreichweite? Ja, haben wir noch nicht zugehauen. Okay, gut, dann mache ich jetzt einen blitzschnellen Angriff. Der erste trifft. Ja. 27 DS3. Du haust einmal komplett durch, ne? Siehst du das wie ich direkt? Haust das, stehst du mal von rechts und links, von rechts nach oben, das Timer komplett auch. Ja, so mag ich das. Der zweite trifft auch. Das darf dann noch nicht ausweichen. Ähm. Ja, mach mal einen Test auf Energiefeld. Mach du mal einen Test auf Energiefeld. Achso. 45. Also, bestanden. Ja. Siehst du, wie einmal der Arm versucht, der Achse auszuweichen. Die Achse schlägt einmal komplett durch. Mach mal schauen. Äh, 26 DS7. Auch ihn. Ne, halt, das ist jetzt das Kettenschwert. Sekunde. 22 DS4. 22. Auch ihn nimmt ein Kettenschwert. Ratterst du einmal die Armamentionszähne, rattern einmal komplett durch, durch das Vieh durch. Und ja, zerteil ihn auch einmal. Und ja, Blut und Eingeweide spritzen auf dich hinaus. Ja, ihr seht einmal, äh, ist da gerade, sind da gerade rein zufällig noch zwei weitere Servitoren in der Nähe. Achso. Die ich mit meinen letzten zwei Angriffen noch erledigen kann. Äh, hier die beiden, wir sind einmal komplett kaputt. Ähm, ich mache ja eben die Punkte. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf. So, und dann machen wir X hin. So, so, ihr habt die aktuelle Position. Und ja. Ne, es kann keinem in Reichweite. Also damit war es dann wahnsinnig. Wahnsinn, wahnsinnig. Als freie Aktion würde, rufe ich, ähm, kümmert euch um die Geschütztürme. Ja, äh, man seht schon, wie Adivarius einmal, einmal rausschaut, seine Hand einmal entgegen, äh, der geschütztes, äh, oben, oben rechts des Geschützturms. Einmal streckt, Blitzstrahl, schießen in die Richtung. Und ja, das, das, der Geschützung geht einmal mit einer Explosion auf. Äh, Bruder Dart? Ähm, naja, ich stehe ziemlich hinter euch. Daher, ähm, feuere ich euch an. Okay. Suchst du noch unsere Tests, nicht so ohne. Yeah. Das ist... Hatste? Ne, ne. Ich überlege bloß gerade, ob ich irgendwie... Ne, hab ich, hab ich leider... Ich will, ganz ehrlich, das schippe ich jetzt. Das ist mir scheißegal. Okay. Ich stelle nicht keinen Erfolgsgrad. Yay, ne 97. Nein, du motivierst uns nicht. Irgendwann. Ich demotiviere euch. Ähm, was sagst du, Unmotivierendes? Los, Brüder. Wir müssen den abschaumen. Ne, Moment. Und dann vergesse ich wirklich, was ich sagen will. Vergesst es. Du motivierst uns nicht. Ich mach nur so kurz. Also wirklich, ich setze uns etwas an und beiß mir auf die Zunge dabei. Also, ne. Ne, ne. Das Maschinengewehr fängt an zu rattern. Ähm, Steven, ich und du, wir dürfen die drei einmal ausweichen. Oh, ne drei? Ja. Ich bin noch nie so gut ausgewichen. Einmal durch, ne. Du gehst gerade noch in den richtigen Winkel. Ähm, Max? Äh, ich hab einen Moment. Wie auf, auf Agility kriegen wir ja keinen Bonus durch die Rüstung. Also, nein. Hab ich nicht geschafft. Ich trifte es. Okay. Alivarius, vielleicht auch mal aus. Mit einer 6. 6. Äh, ja. Ich klappte es. Das Maschinengewehr erfasst dich. Ähm, Treffer fliegen in deine Richtung. Ähm, erst mal, wo ich dich treffe. Äh, rechtes Bein. Mhm. Und. Ja, rechtes Bein. Dann kommt nochmal rechtes Bein. Ja, genau. Mit mehrfachen Treffern. Äh. 15 DS2. Ja. 5 DS2. Ja. Ja, Schüsse prallen in deiner, in deiner Panzerung ab. Ähm, Steven? Ja, ich, äh, kümmere mich um den Servitor da. Oder wie weit sind die ja von anderen Fällen? 4. Also du könntest die 3 erwischen, wenn du, der Nachkampf war, ich will da mal. Ja. Dann mach ich das mal. Ja, stürmst einmal in den ersten Rand. Muss ich jetzt einen Sturmangriff machen, oder? Ja, mach das einen Sturmangriff. Ja. Brauche ich dafür einen Pilotentest? Könntest du machen, dann musst du mir Schaden machen. Pilotentest, hab ich bestanden. Okay, du hast ein Sprungmodul. Äh, rast einmal in den Raum rein. Und ich treffe. Das wird so. Yeah. Dicke. 94, 94, 98, 98, 98, 98. 31 DS7. Ja, Schlitz, ja, komplett einmal raus. Nice. Einmal von oben bis unten, einmal durchgetrennt. Äh, das war erst mal von dir. Ach, da werden, egal. Ja, an dich stürmen zwei Servitoren ran. Und das, gucken wir mal. Ja, der erste schlägt aber daneben, der zweite. Ja, Servofaust fliegt auf dich zu, weiche mal aus. Bin ausgewichen. Ausgewichen. Ja. Äh, ja, weiß den, den Schlagraten, rat noch so aus. Äh, ja, Lasergewehrfeuer. Lasergewehrfeuer geht weiter in unsere Richtung, ne? Prallt in unseren, an unseren Keramiepanzerungen ab. Ähm. Sieben, die, äh, ja. Äh, Adivarius dreht sich nochmal Richtung des Geschützturmes. Und folgt nochmal Blitze in die Richtung, äh, über dich hinüber. Na, siehst du einmal, wie ein Blitzstrahl sich entlehnt und der Geschützturm einmal, einmal zerbricht. Äh, Dart. Ja, ich, ähm, würde gern, äh, also wie gesagt, Adivarius steht ja noch direkt vor mir, richtig? Ja. Okay, ich kann nicht ordentlich an ihm vorbeischließen, ohne Abzüge zu kriegen. Doch, wo kommst du hin? Okay, alles klar. Dann würde ich gerne, äh, auf, auf den zielen, der am weitesten von Steven entfernt ist quasi, weil ich, also von, von A auf entfernt ist, weil ich denke mal, dass, äh, der alles, was in seiner Reichweite ist, zerprügeln wird. Ja, hier ist einmal Steven, ja, hier ist ein restlichen Servietrans. Ja, dann gucke ich auf einen von der, der gerade zu ist, zieht auf den und drückt direkt ab. So, das sind, äh, fünf Erfolgsgrade. Oh, oh, ich weiche zwei aus. Einen, sorry. Ja, ist ja eh nur ein, ein Schuss. Ach nee, Quatsch. Wenn das, äh, nur ein Einzelschuss ist, dann weiche ich diesen einen Schuss auch aus. Ach so, ist egal, wie viel Erfolgsgrade ich dann habe. Bei mehrfachen Schuss sind es auch. Ach so, also sind die Erfolgsgrade völlig egal. Einzelschuss, nur beim Einzelschlag sind sie egal, nur bei mehrfachen. Okay, okay, gut, das ist gut zu wissen. Ja, der eine Schuss fliegt mal in die Richtung, äh, ja, siehst du, der Servietrans gucke ich einmal an, dreht seinen Körper unnatürlich zur Seite und, ähm, ja, das war auch mal die Varios, so eine Neurone. Servietrans sind dran. Äh, nee. Doch, nee, erst Servietrans, dann bist du dran, so. Nee, erst ich und dann die Servietrans. Erst Servietrans, dann bist du dran. Ach so, okay. Jetzt auch noch falsch gemacht. Ja, äh, gucken wir mal. Ja, Servietrans schlagende Richtung, einmal ausweichen, Steven. Trifft. Äh, trifft. Ich versuche mich noch elegant auszuweichen, aber ich habe den Arm falsch eingeschätzt und der trifft mich. Oh. Äh, elf DS6. Und zwar elf, also, das ist eine elf. Der rechte Arm. Bein, elf DS6 am rechten Arm. Ähm, der dritte, hier oben macht einen Sturm, also, ne, das, wie du siehst, wie sie sich... Wie, die können Sturm? Ja, ich kann auch Sturm angekommen. Ähm, der bewegt sich einmal weiter nach vorne. Moment, ich mache mal einen Pfeil dazu. Nein. So. Der bewegt sich einmal weiter nach vorne. Na, ist jetzt hier. Äh, der dritts auch mal weiter nach vorne. Er ist jetzt hier. Währenddessen feuern sie mit ihren, ihren, äh, Lasergewehren in unsere Richtung, ja. Grob gerade mal. Laserschneidern. Äh, hier einmal auch in die Richtung. Und, ja. Hier oben. Auch nochmal. So. Äh, Steven ist gerade abgehauen. Äh, von, auf Steven fliegen einmal, äh, ja, Plasmaschüsse von den, ähm, äh, von, ne, von rechts vom Raum einmal in seine Richtung. Ähm, guck mal, ob er überhaupt trifft, trifft. Ja. Ja. Adadadadadam. Oh. Ja, ja. Ja, Steven hat gerade den Raum verlassen. Ja, habe ich, habe ich gemerkt. Er war auch einmal weg. Ja, wie ein Storm Marine hat er einfach einmal seinen, seinen Jetpack gezündet und ist los. Äh, Steven, ähm, Bruder Arthur, äh, Plasmaschüsse prallen, äh, von dem, rechts von dir einmal in deine Richtung. Äh, ausgewichtigen bist du schon, ne? Ich darf, ich, ich darf nicht mehr. Darfst du nicht mehr? Okay, äh, siehst du, ein Plasmaschüsse davon, ach, ne, geht gar nicht. Darum noch. 14 DS8. 53. Oh. 53. Hast du geworfen, oder ist das schon jungen, das ist jungen DS8? Wie viel? 14 DS8. Der knallt rein, du. Der knallt rein? Der knallt rein. Der knallt rein. Ja, ähm, ja, Plasma fliegt auf deiner, wo ist das? Brust. Dein Brustpanzer drauf, ne? 14 DS8. Hitzt einmal das Ganze, brennt auch wahrscheinlich ein kleines Loch rein. Habe ich noch. Ähm. Ja, ich kriege einen Chance. Steven, du bist ran. Der knallt rein, Schatz. Äh, ja, die zwei Servicoren, die mich dann noch, äh, nerven, die zerhackel ich jetzt. Ja, so. Treffe. Kuss. Sehr schön. Äh, fünf, vier, zehn, 29 DS7. Ja, du teilst ihn einmal, äh, auch von Ola Roten, reißt seine elektronischen Sachen. Äh, OT-Frage, wie viel Schaden muss ich würfeln, um den zu zerteilen? Mein Minimum Schaden bei einer Energieachse ist 21. Oh, weiter zu. Okay. Ja, der nächste. Oh, 99. Geht komplett daneben. Jetzt eine sechs wieder. Ja, mach schade. Zum zweiten. Achso, zum zweiten. Ja, der eine, der existiert ja nicht mehr. 32 DS7. Ja, auch ihn schlägst du einmal zu weit durch. Sehr schön. Beteilst ihn einmal mit einem Hieb. Und, äh, ja, haust du auch ihn durch. Ähm, ja, Adivarius stürmt einmal der, äh, den Servicor hier vorne an. Und, ähm. Oh, rechte Zorn. Ja, und rammt einmal seinem Ziehschwert in ihn rein. Ähm, ja, zerbrutzelt einmal. Damit hast du eine freie Schussbandart. Hm. Jetzt hier vorne. Der ist auch weg. Ja, Rudolfsson. Ja, dann schieße ich einmal halbautomatisch auf die Form hier. Dann halbautomatisch war plus 10, ne? Ja, das ist nur zwei. Das sind acht Erfolgs gerade. Ja, damit kannst du auch, ähm, auf die beiden vor dir. Äh, damit triffst du alle drei. Kurz mal ausweichen. Uh, einen weiche ich aus. Also zwei kommen durch. Hm. Äh. Okay, das eine gerechter Zorn. Äh, fünf. Also habe ich 13 plus 15. 28, die ist vier. Ja, das ist einmal der Schuss hier, ne? Ähm, Adivarius geht der Schuss einmal rein. Zert, ja, platzt einmal in seinem Kopf. Dann kannst du noch, kannst du einen Meter weiter den Schuss noch aufteilen. Kannst du noch mal Schaden machen? Jo. Und das sind 19 DS4. 19 DS4. Äh, der Schuss. Jo. zerbricht einmal in seinem Bein. Und ja, siehst wie er gerade noch in seine Richtung humpelt. Und dann wahrscheinlich der Länge nach hinknallt. Nein, er läuft noch weiter. Wow. Er läuft noch weiter. Äh, neue Runde. Steven, du siehst wie die, äh, beiden Servitoren einmal hier. Äh, der auch dich einmal anstürmt. Oh, Alter, schwarz. Du bist von beiden Seiten aber wieder angestürmt, mit Laserfeuer beworfen. Ähm, ja, hier auch Laserfeuer in unsere Richtung. Der bewegt sich einfach nur. Ja, Adivarius weicht mal aus. Oh, mit einer 100. Das war nix. Ja. Du müsstest bei einer 100 nicht sogar irgendwie noch auf die Fresse fliegen beim Ausweichen. Nein, also, du könntest kritisch, ne, kritisch Pratser gibt es hier nicht mehr. Naja, der ist falsch. Ähm, ja. Ich sag mal, wie, wie, wie Bruder Adivarius einmal getroffen wird. Ähm, sieben, genau. Einmal ausweichen, zweimal ausweichen. Wenn ich den ersten Ausweichen-Test nicht geschafft habe, kann ich den zweiten noch ausweichen? Du hast mal den zweiten. Du hast mal einmal ausweichen. Achso, dann nicht. Dann 12 DS6. Wo? 11. Und 13 DS6. Wo? Auf einer 31. Okay. Okay, ja, ich stehe und preile mal auf dich. Lege dich drauf. Du bist dran? Ich bin dran. Gut, dann die zwei Servitoren, die in meiner Umgebung sind. Die will ich dann auch gerne wieder in die ewigen Maschinengründe. Das weiß ich, wie man das nennt. Den ewigen Schrotthaufen. Das hat mir gefehlt. Ja, genau, das meine ich. Triff? Ja. Äh, ja, nein. Ausgeblieben. Ja. Vielleicht der zweite, der hinterher. Ja. Trifft? Ja. Ja, trifft. Achso, ja, trifft. Achso, ach ja, stimmt. In Ordnung. Äh, 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 32 DS7. Ja. Ich, äh, köpf den. Zerteilst du einmal. In dem nächsten. Zehn. Jung, drifft ich. Er trifft, ja. Oh, kriegt er zu. Okay, gleich der Zorn. Ja, auch ihn speziale Deppers und dann Kettenschwert einmal die Birne. Und ja, das halbe Zerteil. Ja, 60. Äh, so. Der ist noch. Ja, Adivarius. 40 DS7. Ja. Schlägt nochmal mit seinem Ziehschwert zu. Gibt auch nochmal einen Schuss an das Ding mit einer Bolzpistole. Auch der zerbricht einmal noch. Jetzt finden sich noch einer im Raum, der einmal so, ja, 5 Meter, 6 Meter vor mir steht. Bruder Dart. Ja, ich ziehe direkt auf den. Ja, treffe ich. Ja, und triss. Alles klar. Ja, das ist wieder eine 19 DS4. Ja, der hat dann noch gehumpelt und jetzt, pau, gibt es ihm einen Schuss und der zerbricht einmal auf den Boden und knallt längs auf den Flur. Ja, der Boden ist immer seht mit Eingeweiden und, äh, ein Schuss, den Deckel, der gerade runtergefallen ist. Geil. Ja, der Boden ist immer seht mit Eingeweiden, Blut- und Maschinenöl. Und, ähm, ihr hört jetzt das Kratzen. Ich gehe, soweit es geht, um das Blut- und Maschinenöl herum. Ach, da war doch was, ja. Ja, und heute ist das Kratzen und das Schlagen von Metall auf Metall hinter dieser Tür. Auch ein Shot, das scheint wohl auch, ähm, scheint wohl zugeschweißt worden zu sein. Also, das Ganze wirklich versiegelt, ne, und auch das Mitte, wo es immer normalerweise aufgeht, ist wohl einmal komplett mit Plasma zusammengeschmolzen. Ähm, und ja, und dahinter hört nur so ein Schlagen. Ich klopfe einmal zurück. Also, du klopfst einmal zurück. Du, 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 du hörst nur so ein leichtes Stöhnen. Dann nochmal weiteres Klopfen dran. Irgendwas schlägt wohl mit Metall gegen, gegen diese Wand. Ab und dann bricht auch mal ein Schuss. Löst sich dahinter wohl. Ähm, Bruder Dart. Ja? Funk, bitte, bitte den Käpt'n an. Okay, und ich, äh, ja, mach das Langstreckengerät an und, äh, Zentrale. Funkoffizier hört. Und, äh, reiche Bruder Arthur quasi weiter sozusagen darüber. Hallo, hier, 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 hier ist Bruder Arthur. Kann ich bitte mit dem, mit dem Käpt'n reden? Moment. Watch Captain Coraline. Hallo, hier, hier ist Bruder Arthur. Ähm, okay. Du sagst nicht Hallo als Space Marine. Okay. Ich streiche das Wort aus deinem Wortschatz, das gibt es jetzt nicht als Space Marine. Hier ist, hier, hier ist Bruder Arthur. Äh, wir sind jetzt momentan, äh, in dem Hangar unten angelangt, mein ich? Ne, vor, vor den Treibstoffraumen. Ähm, wir, wir, wir sind im Vorraum vor den, äh, vor dem Treibstoffraum. Und hier ist eine zugeschweißte Hangartür. Von der anderen Seite kommen, ähm, hören wir mehrere Schläge auf diese Tür. Und sie ist mit, äh, wo wohl mit Plasma zu, zu, zugeschweißt worden. Das Stöhnen ist auf jeden Fall verdächtig. Also, das ist auch ein Stöhnen von der anderen Seite. Ich wollte jetzt, ähm, nachfragen, ob wir die Tür aufbrechen sollen und, äh, was dahinter ist, eliminieren. Oder, äh, ob, äh, sich die Inquisition, die Inquisition, sehe ich nochmal, darüber speziell, äh, unter... Nun, ja, diese Station, wo der Befall von Drul-Parasiten steht, töten sie jeden, wie ich gesagt hatte. Weil die nur ansatzweise der Verdacht besteht, dass er von einem Parasiten befallen werden könnte. Hm, das ist jetzt schwierig, ja, ja, verstanden. Weitere Fragen? Äh, nein, aber ich habe noch eine, noch eine, noch eine Statusmeldung, äh, zu geben. Und zwar, wir haben herausgefunden, wer, wer die prämialen Spezialeinheiten getötet hat. Und zwar, das waren diese Servitoren. Die wurden von dem technischen Leiter hier so, äh, um, so umprogrammiert, dass die alles Biologische angreifen, was sich auf dem, ähm, was sich auf der Raumstation befindet, wegen dem, äh, wegen dem Befall von den Parasiten. Also, wir vermuten, dass es sich wirklich von dem Schiff, der, von dem Aufruf sich geändert hat. Weil davor gab es keine Probleme, erst als dieses Schiff hier an der Station angekommen ist. Konnten Sie beide Imperialen Versierungstrupps, äh, auflären? Wir, äh, fanden, und jetzt zähle ich mal kurz durch, vorne fünf, in dem Hauptraum nochmal sechs, glaube ich, die nochmal drei. Also, wir fanden... Das sind 14, äh, wir, wir fanden 14 Imperiale. Wir fanden bis jetzt vier, vier, ungefähr vier, 14 Imperiale, äh, so Soldaten. Ein Truppel besteht meistens aus 30. Dementsprechend müssten sich irgendwo noch, äh, die restlichen 45 aufhalten. Nehmen Sie diese auf, falls Sie hier noch am Leben sind, äh, prüfen Sie auch sie auf Befall. Ansonsten exekutieren Sie auch diese. Und sorgen Sie dafür, dass keiner diese Station verlässt. Einen weiteren Auftrag noch. Finden Sie heraus, ob irgendetwas diese Station bereits verlassen hat. Gut, ja. Watchmappen kommen wir, die Ende. Kann ich noch kurz davor sagen, bis jetzt ist nur... Achso, okay. Ende ist Ende. Okay, gut. Ähm, ja, dann trage ich das euch beiden dann halt vor. Und ich würde mal sagen, die Tür, die hält noch eine Weile. Äh, der Gefangene, die Tür ist noch zu. Also, Brutus, oder? Ich, damit ist die Frage an dich. Die haben wir auch versiegelt. Alle anderen Türen sind auch versiegelt. Auf der Ebene. Da kann nichts raus. Ja, also, Adivarius spricht einmal und sagt, nun, ähm, auf der anderen Seite empfindet sich noch der Gang zu den Minen. Ähm, aber da hatte ich ganz normal das, äh, der öffnete, ganz normale Öffnungsmechanismus. Dementsprechend, ähm, könnte man darauf zugreifen. Und die Tür zum, äh, zweiten, 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 äh, Landebucht. Die war geöffnet. Ah. Gut, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich stelle, äh, äh, Bruder Dart. Äh, ja. Ähm, ähm, Welche Mission, äh, Missionsauftrag wollen wir jetzt zuerst priorisieren? Die Vernichtung der Xenos und der Servitoren, die hinter der Tür lauern? Oder erst vor kontrollieren, ob irgendjemand davon gekommen ist? Ich bin dafür, dass wir zurück in die Zentrale gehen, die Tür Richtung Minen, also zumindest die Haupttür vor der, die auch zum medizinischen Bereich führte, versiegeln und zum Hangar herüber, äh, herüber gelangen. Um herauszufinden, ob etwas die Station verlassen hat, damit wir dieses weit, schnellstmöglich weitergeben können. Gut. Dann fahren wir wieder hoch. Gehen wir mal zurück. Äh, ja, ne, Turbo, äh, der Relift geht einmal hoch. Ähm, ja, wir gehen einmal, also ich, ja, die Fahrt ist ja mal zur Quintatobank. Dort, ähm, ja, versiegelt einmal die Türen und, äh, ne, verschließen einmal zum medizinischen Bereich. Und, ähm, ja, die andere Folie jetzt, ne, ihr könnt euch noch erinnern, der Gang nach draußen, ne, könnt ihr dann praktisch einen Shot sehen, ne, gehen wir einmal rein, äh, öffnen diese Shot, äh, sie haben dort, äh, diverse Weltraumanzüge dort stehen und, ähm, ja, dahinter ein zweites, ein zweites. Äh, wie viele fehlen? Kann man das ausmachen? Einer fehlt. Einer fehlt, okay. Ähm. Und, ähm, ja, äh, das heißt dann weitergehen, ist dann eine Luftschleuse, die man natürlich ausgeht, die dann nach draußen in den Weltraum führt. Gut. Ähm. Kurze Aufzeichnung, ich mach das ganz normal. Äh, relativ easygoing, hier, hier, zack, zack. Gut, und von da aus, ja. Okay, und von da aus können wir, äh, können wir quasi den Eingang zum Hangar sehen, richtig? Also durch die, durch die Tür hinaus. Also, ne, ne, wenn man auf der Karte draußen gesehen hat, ne, praktisch an, an den Asteroiden einmal so ein langer, äh, Außengang praktisch, ne, und, ähm, ja, war im Endeffekt da der Hangar. Und, und, ja. Und den könnten wir, finde ich, ausnehmen. Ja, da würde man drüben. Ah, okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das. Okay. Ja, natürlich. Cut. Ähm, äh, ja, die Luftschleuse, öffnet ihr einmal nach draußen, ne, die Kälte des Weltraums begegnen euch einmal, ne, aber durch eure komplett isolierte Servorüstung, ähm, habt ihr, habt ihr da gegen nichts, ähm, habt ihr irgendwie Problem bereitet, und, ja, äh, aktiviert eure Markboots, ne, Magnienstiefel, die heften sich einmal an den Boden fest und bewegt euch jetzt langsam über den Boden einmal, und, ja, lauft einmal auf die andere Seite. Oh, die Frage. Das, äh, ja. Die Markboots, ne, wenn ich die anheben will, schalte die Servorüstung, die Beine, die, auch, okay. Du hast die halbe Bewegungsreichweite mit Markboots. Okay. Alles klar. Das hat mich nämlich schon immer interessiert, wie es sind, wie die das machen, aber gut. Ähm, ja. Ja, ihr kommt dann rüber. Äh, zum, äh, ja, zum Hangar. Äh, das kann ich etwas größer aufzeichnen. Hoppala. Der war, der war schräg hier, der war nicht ganz gerade. So. Der war schräg, der war nicht ganz gerade. Sehr schön. So. Wie ein richtiger Penis halt aussehen muss, ne. Oh Mann, das hab ich jetzt nicht gesagt. So. Äh, hier ist einmal der Eingang, ne, ähm, sie haben einen großen, wirklich einen großen Hangar, äh, mit verschiedenen, äh, ja, Transport-Shuttlen, die dort sind, auch große, also seht ihr auch von außen große Schläuche, die nach draußen gehen, ne. Wohl zum Transportieren, äh, des Promethiums, ne, diverse, äh, Geräte, die hier rumstehen und auch, ähm, Servitoren. Allerdings scheinen ich euch wohl, wohl euch noch nicht, äh, bemerkt zu haben. Hier geht einmal eine Treppe hoch. Zack, 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 zack. Und, äh, ja, hier oben ist praktisch das Ganze einmal zu Ende. Ihr seht von hier auch einmal hoch praktisch hier den, das ganze Ende des Ganges. Geht's einmal durch. Nächste Schleuse ist hier. Genau, große Maschinen. Bam, bam. Hier noch ein bisschen was. So, das sieht auch noch schick aus. Hier ist so ein Abus-Leiter. Transport-Shuttle. So. Ah, diverse technische Geräte da rumstehen. Auch ein paar Servitoren jetzt hier zwischen. Ziellos umherirren. Und, äh, so. Langsam werde ich besser mit dem Zeichnen. Mhm. Man kann fast was erkennen. Ah, fast. Äh, und ja, große Halle, ne. Hier geht's runter. Hier ist so ein, praktisch so ein, äh, Vorstand, ne. Zwei, drei Meter geht's da runter. Kannst dir einigermaßen vorstellen, ne. Hier geht's dann runter. Hier ist oben so ein Geländer. Das Ganze. Und er kann von oben runterschauen. Und, äh, ja, hier sind große geschlossene Hangartore. Hangartore. So, kommt nochmal rein, ne. Luftschlose öffnet sich mal, ne. Äh, sieht auch hier wieder die Anzüge. Hier ist, ähm, scheint wohl keiner zu fehlen von den Dingern. Und, ja, äh, die Tür geht einmal auf. Hangartore Leben erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt durch wohl. Ja, und dann, die Tür geht. Und dann, ja. Tschüss.